Nächste CEO. Ich bin besonders scharf. Ich bin bewusst von der Ursache. Was macht Sie so happy? Dankeschön. Wir wollten schätze die Träger fragen, was ist ein Antichrist wirklich? Antichrist auf Englisch. Wer ist dort? Wer hast du einmal gedacht, wer ist ein Antichrist? Ich wollte sein, wer ich gedacht habe, wer ein Antichrist wäre. Wo ich von der Ursache anders wäre, wo ein Antichrist erstes gedacht wäre. Oder wo ich gelehrt wäre. Wir haben im Offenbarung Kapitel 13. Ich spreche in der Taube, wenn ich nicht in der Bibel sage, wer ich gar nicht kann, schriftende Schriftstelle ab, dort zu studieren, glaubt mir dort nicht, wo ich sage. Prüf doch mit der Bibel, dass der biblisch Reich ist, wo ich sage. Ich sage so sehr viel von uns Christen, von der Religion, wie vor den Tredjahren, von den Lehrern, die sagten, wie leufe denn dort. Was gar nicht so ist. Wie die meisten von uns Menschen sind dort abgewassen. Unsere deutsche Religion, religiösische Menschen, die leben in der Liebe, wo es falsch ist. Wie leufe denn uns von unseren Lehrern. Offenbarung Kapitel 13. Vers 1. sagt es, dann stönd ich ab dem Sonnenmeer und sagt ein Tier, über das Meer zu rutschreien. Dort hat sieben Karp. Ein Tier 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 hat sieben Karp. まert hat sieben Karp bekommen. Ja sieben Karp. Ein Tier hat sieben, die in Nали SERU standt. und er hat feucht aus ein Bohr und Müll aus einem Leer und er trägt auf seine Kraft seine Thron und seine große Macht. Das ist immer wie ein Antichrist. Das ist wirklich ehrlich, das ist wirklich, nicht so? Das ist immer das, was ein Antichrist ist. Hier will wir zeigen, wenn der Antichrist kommen wird. Das hat, das ist auch gegen Christus. Aber dann wollen wir nicht hier sein, wenn das Ding passiert. Wir und Jesus Christus, wir haben Angst vor sein, an der Schule und das Leere losten, ich habe mich meist totgegrült. Wenn ich sage mal, räume mich zum Scholle sein, dann denke ich, ich bin ein Präger, an der Schule der hat, wo ich Leere und will ein Lehrer sein, das ganze Werk habe ich in der Schule, wo ich weiß, wo Lehrer sein kann, und dann ging das gleich, das immer. Und ich will nur Lehrer sein, das ist so, dass ich hier finde, ich finde das Ekel, das hier leere. Mir ist das schwierig. Das ist ein Präger, der sagt, wenn ich, wenn ich, wenn ich sterbe, wird das passiert, wenn ich, wenn ich, wenn ich hier, wo ich leben möchte, hier wird es mir entholfen. Das ist ein Präger, als ich sterbe, das letzte Jahr. Über die Bibel sagt, das wird eine Entrückung sein, wie du aber nicht hier sein, wie du aber nicht Angst sein darfst, das darf uns schon stark geben. Hier darf ich nicht Angst versagen, dann sind wir auch mit Jesus, wenn diese Dinge passieren. Hier, wenn das nicht Antichrist ist, wo wir den dann finden. Wo wollen wir den Antichrist dann finden? Wo wollen wir den Antichrist dann finden? Wer ist ein Antichrist? Wer ist? Wenn man, wenn ich sage, wo den Antichrist ist, wenn hier ein Dictionary nur sein, ein Widerbuch, im Biblischen Widerbuch, wo das sei, ein Antichrist ist bloß einfach ein Mensch, wo jen Christus ist. Wo sage ich, denn der Antichrist ist ein Mensch, wo jen Supernatural Dinge ist. Supernatural Dinge sind alles Dinge, die wir nicht säunig haben. Der Bissierer in der Luft. So ein Pfeuserkapitel sagt, wie haben wir nicht mal Flaschen blutig haben, wobei man Päuse und Gäste machte, wo wir im Himmel sind. Weil der hat wirklich nicht haben. Der hat wenig Säune. Wir antworten, dass es einmal wie wir wollen, wie wollen den Menschen fährt, wo die vielen Produkte im Gegend anzukommen. Das war wie wollen. Du, wo wir in der Lehre aber nicht den nächsten Sinn auf deinen anderen Sinn nach. Ich wollte von dir auch nicht nennen. Aber von dir auch, weil wir checken, was ist ein Antichrist? Was ist ein Antichrist? Das sage ich hier in der Verbarung von Antichrist. Da sage ich nicht, dass ein Antichrist ist. Hier verkommen, was ich sage, das ist der Antichrist. Wenn wir mal checken, was die Bibel sagt. Was ist der Antichrist? Die Bibel sagt, dass wir beten, wenn wir Gott sind gut für Kinder mit Freude und mit Seufzen. Wenn wir mit Seufzen sind, dann ist es mir doch noch unbefrieden. Ich habe noch nicht in meinem Leben beleuchtet, was ich von Gott sind gut für Kinder. Ich habe schon gesagt, ich habe ein paar Kinder mit Seufzen sind gut für die Bibel. Wenn ich nicht komme, dass Freude Gott sich in den Wort rückbringe, schuldig sehe ich doch ein wenig danach. Aber dann ist das Kummerfall. Dann muss ich doch so ein Kleider sein, dass ich ohne Haare habe. Als sie mit mir steht, dass sie mit mir lebt, sie existiert in der Kirche vor. Da kann ich ein Ferdinand sagen, die haben mir nicht so keine geliefert. Und ich habe so ein Schein von dir. Ich habe gefragt, ob ich ein Schleichheit von dir. Nein, ich habe ein Schein. Ich habe gefragt, hey John, wie geht es? Ich bin mir ein bisschen schuldig, dass ich so ein Schein bin. Es sind so viele ekelte Dinge im Leben, die wir angehen. Wir können uns wählen, hier in der Branche amortisieren. Wir können uns den Branche amortisieren. geschrieben und hier gehen an Gott, die nicht genug leben, wo Gott von Freude mehr kann. Denn ich habe die Entscheidung, ab zu dir und ab zu mir, wo ich lebe, am Drang, aber an Gott, die nicht genug leben. Und ich will erst ein Antichrist, da muss ich eine 2. Johannes drehen. 2. Johannes, ein Kapitel, in der 7. Phase umfangen. Dort sagt, du sind viele Verlehrer in der Welt nachgegangen, die nicht betanen, dass Jesus Christus als Mensch mit Fleisch und Blut gekommen ist, so wie sich der Verlehrer in jenen Christen. Hiernaht es dort in jenen Christen. Wenn wir bloß diesen Farsch lesen, dann würde ich sagen, hey, wir können nicht Menschen, die nicht glauben, dass Jesus in der Welt gekommen ist. wenn wir bloß das Farsch lesen, würde dann sagen, okay, dann, dann, wir können nicht gleich ein Mensch, wenn du sagst, das ist nicht so, was Jesus geboren hat. Wenn wir nicht für das Farsch tun, wenn wir wieder kicken, dann, dann, ach, der Farsch, post ab, dass die dort nicht verlieren, woher die ihre Arbeit haben. Die sollen einen vollen Lohn kriegen. Wer in Christus seine Liebe rückgeht, wenn nicht du beinern blüft, der haft Gott nicht. Wer in Christus seine Liebe blüft, der haft, wird den Fuder in den Seen. Wenn wer nur Jün kommt, der diese nicht bringt, der diese nicht bringt, den nimmt nicht an Jün Hüß Namen, dann begrenzt den auch nicht, den bereist den auch nicht. Wer so nicht bereist, dann Port und er der Beise Woche. wie keine hier Säune im Port für Antichrist. Wo fängt der Antichrist um? Wer kann sein, wo fängt der Antichrist um? Paul seht, das ist ein olden Antichrist die warst. Johannes schrift so, 1. Johannes und 2. Johannes der fehlt von Antichristen. Jakobus 2. Ich sage, 2. 17 also, Jakobus 2. 2. 2. 1. 2. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 3. 4. 6. 7. 8. 10. 11. 12. 11. 14. 14. Jesus ohne immer, aber das wollte ich, was du hast. Als sie irgendwer waren, wer nicht von clean und geliebt hat, sondern Jesus. Wir haben alle von clean und geliebt. Wir haben alle geliebt von clean und geliebt von Jesus. Aber wir wissen nicht, was der Timuride hat. Was will das Jesus von uns? Wie die meisten Menschen von der und der Nacht wissen nicht, was will das Jesus von uns? Und ich heiße zu den Jungen, Meier und Meier. Wenn ich studiere, wurde aus dem Antichrist. Wir haben alle gekämpft und ich habe Salz in Meier zu können. Ich habe eine Kugel angefangen. Wir fangen wie eine Kugel an. Wir können das Gleiche abstellen. Gott droht sich Paulus und Paulus hängt wieder. Gott droht sich Salz, Paulus. Wer folgt von der, dass Gott an die Röpe haftet wird? Wer wird abreichend sein? Wenn wir abreichend sein, wer folgt von der Röpe von Gott? Wir würden alle. Wir würden vielleicht nicht alle wollen sein, in den Röpe zu gehen. Wenn wir eine Kugel abschalten, und die erste Hand auch hier an denken, wir können uns vor der Präger spielen. Und was in den Kommentaren wählt. Ich wollte nicht sagen, worauf ich schreibe. Okay, nun muss man so auf dem Präger wohl sein, nun muss man so in den Präger schicken. Und so geht es wieder und wieder. Okay, wenn wir hier schon das ist, das ist eine, weil ich glaube, wir brauchen das System. Wir brauchen das System. Und dann haben wir den Präger wohl, und dann, das war ich, die Arme hören. Das ist ein kleiner Junge, wie oben, das Alltag, mit dem Präger wohl. Das ist ein kleiner Junge. Okay, wenn du in den Mohnsmann spaßig bist, wenn es früh ist, können wir hier nicht präger sein, in der Bibel habe ich alle die dort zwei. Wenn du weiter zu den Möner reden, wenn du aufpassen, heißt es dort muss immer wie du in meinen vorbeigekommen, wie wir es dort nicht vorbeigekommen, oder wie wir es dort vorbeigekommen, wo du bereitst, wenn du in den Präger bist. Wem ist dort, sie meinen, wenn du in den Mohnsmann spaßig bist, wäre nicht der Hohn abhebt. Wem ist dort nie vorbeigekommen, ist in den Kopf gekommen, wo du einfach nur ein Präger geworden bist. Ja, und dann hast du da einfach vorbeigekommen, okay, wo ist ein? Okay, dann soll ich vielleicht den wählen. I'm just kidding. Ja, der macht ich einen Präger geworfen. Du hast jemand einen Präger geworfen? Das ist nicht gut genug. Wie sei, ich wurde Präger geworfen, und dann von einem Präger geworfen. 90% von den Präger kommen, die sagen, ich habe eine Präger geworfen. Wer hat es bekommen? Und so, das ist ein System. Das ist ein System. Ich habe nichts wie ein Kläger, versteht mich nicht, ich habe auch ein gut-hafter Kläger angesagt. Aber das System wird wie Menschen brücken, als Beis. das ist ein Wenn wir Jesus Christus in uns Gott haben, dann sagen wir, wenn du in der Früh bist oder in der Munde bist, dann bist du schuldig geworden. Gott sieht ein Wort, wie wir das bringen. Das sagt der 1. Korinther Kapitel 5 sagt, Lord. Dann hat Gott die Botschaft, die Frau nur recht, hat Gott die Unvertrug, die wir das bringen an den Menschen. Ist du in der Munde bist oder ist du in der Früh bist. Und ich habe gesagt, das System, was wir hier prüfen abzustellen. Nun muss ich sagen, wer immer ich sieht, ich muss mich nicht in der Früh gestalten. Gott konnte mir nicht reden. Der war eine gotthaft in mir, was ich sage. Und ich wollte von dir, was ich sage, die sind gestlich gefällt, die sind gefällt mir in hellen Gäste. Ich bleibe an den Tungebeeren. Aber wenn der Älteste eine Botschaft hat, dann sind wir noch Elders. Dann sind hier noch, was die Elders nennen. Ich wollte nicht alle eben zum Tiefen, dann hast du die Elders. Dann macht die Botschaft, even der Lehrer von der Kirche, der macht, ich sehe die Botschaft für diese Menschen verbirren. Und dann ist es doch wohl okay sein. Ich will vielleicht einen Monat treten, wenn wir zum anderen von hier töten, gehen zu über einem Park. Und ich wollte die Kirche auch nicht mehr sein. Aber der Präger dann, der wird so stolt. Weil er prägeriert hat, er sagt, ich muss so aufpassen für die Menschen. Und ich werde nicht verlieren wollen. Ich wollte so aufpassen, wenn ich sage, ich sage, jemand kann ich ernst verzeihen, über was ich geschah. Ich wollte sie, dann muss ich aufpassen. Es ist der Mensch, der war angstvoll, der Mensch wurde verlobt. Wenn du Leute hast für die Fremde, dann wirst du die fremde Wahrheit sein. Okay, wir sollen das System bekannt um den Antichristen. Wenn wir das System, das Religion, du bist an der Kirche und Gott haftet, du sagst, du bist an der Kirche und es passiert ein Wunder, was er kriegt, dass er unbekannt hat, was er kriegt, dass er die Träbeldrehe. Wir sagen, dass der ganzjährige Apostelgeschichte im Neuen Testament ist, der Mensch wurde ein Wunder Gottes geflüchtet, der wird ein Träbel ständig für dich auch. Wenn man den ersten Johannes Kapitel 4 lese, Das ist das, worum die weiten können. 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 Sachen qualify, wenn sie ganz dickIES sind. Das nicht so sind werden kaputt. Das will ich nicht außerdem sein. Das darfst du nicht so sein. Das ändert nie so sein. Ich habe alles nicht lang quietschen, wenn ich bin jetzt vor mich und wieder sind wie ich unten auf dem bellychen dyed. Wenn ich suche die Bibelsei Questionen machen kann, bekomme ich die Bibel auf das, wenn man sich auf einen Schlauher trägt, compteich jemand gesagt wird. Wir sollen jungen undsoever nach fragen. ich sie noch einmal dankbar für 2007 in September wo Gott mir weiß wo verlor ich wir wo religiösisch ich abgeworfen wir und wo ich bloß hofft von einer Religion wo ich frei war und 2008 am 23. Mai hofft auf zum Orang so hat Gott mir frei von all meiner Religion und von der Jesu wo ich geplog wir und du warst auch ein anderer Mensch ich becheide mich und ich saß eigentlich ich bin wie ein Pharisäer weil wir mal passen die Geschichte derzeit hierin gehen die Geschichte derzeit hierin verscheuert vierig und vier vierig am nächsten Sabbat kein Mensch die ganze Stadt taug dort Gottes Wutte hierin was über die Jüden all das Volk sahen werden sie aufjanzig sie sahen sich gehen Polos und reden gehen und lasst das dann über dort was er seht das wird nicht getan wir lehren das von dir wenn du dir wärst dort zu tun was die Bibel sagt Menschen waren aufjanzig die kommen hierin die die wollen die Geschichte abmerken hierin die die wollen die raufreden die wollen das ist das was ich finde wo manche Brücke dort so dicht bei denen heute sind tun wir ohne manche dort links bleiben es ist eigentlich anfangen um für Jesus zu leben ich war in die Geschichte ich konnte viele viele Geschichte verteilen die ich wo ich von komme wie die Menschen waren die vertali ich kenne jemand hörert schon früh es habe und mein älter Bruder ich weh von dem nach woher wir der jahre bestätigt so wie ich saß schon jung wie du hir hir tun und er brachte dort wo wir mission da du tammt dir von so dicht wie an von der Familie du macht das meist leid nicht so du weißt viel Brücke des Sturms abzubringen für die nicht kann ich wählen von dem war ich rauf zu gehen und dort wird mir präfer nicht so ist aber ich kann wählen meinen Fokus an Jesus zu holen weil sie finden Brücke diese Dinge von woher ich rauf lehre stoppe wenn du und Gott beides wollte dort nicht so ist denn du hast die schreie gewassen Gott wollte nicht nach Jahren heute dort red sich meist wo es ist tot und ich habe die Älster von ich hohe ab und sage dass in dem den Dach habe ich eine Früh verlebt im Dorf woher finde es ist so eine Aschel leer die hat noch krank im Dach dabei und meine Frühe wirst krank wo ich seit dem Dach gewass wäre und in Früh wo ich Dach da wie ein Dach mit einem moment hübs was da wird irgendein Saver nicht so wird so sind nach Samar und Scham dass every George über himself sich verlebt ich kann lachen oder wenn ich kann es kann fern heute wenn das nicht so und meine Früh wirst exactly krank was denn passiert wird so amazing wenn wir Gott an sie sieht Gott sagt wenn ich kund sie sieht wer kund jen die sagen Gott fährt unser Sitt das drang aber wird mich versäupt weil wir entscheiden wir nicht an dem drang aber blieb wie wurde die nur hat ich ich sage hier ist keine bahn werden noch nicht auf gegen stund die kreif von irgende wüt familie oder von irgende wof die nicht war wie die gläufe ich sehe ich range und sage jeder einzelne von jünt wird die bahn aus weiter 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 verfolgen hat von irgende wem wenn die glauben die gläufe ich schofe mein manager ich wollte nicht ich wollte hier rauf rane sage ich viele menschen habe verfolgen ich 47 kann noch niemals mein lebe verfolgen gelehrt ich sie du hast noch niemals und viel warst für jesus christus wir werden mit zwei warten vielleicht auch so das ist gleich vielleicht soll erst nicht in vier ne das brücke viele menschen ohne menschen verfehle ich habe was fehlt gebrückt ohne menschen im licht führen ich wollte nicht alles sagen ich habe gesagt das ist sinn verstärker ich wollte nicht sagen ich alles verstärker wurde das ist leider so wie eigentlich ich habe verstärker wurde wo ich habe gesagt der war oft an sich der wurde je in die kommen da wurde je in den jungen kommen wenn die war das war zu sein wenn wir können an den ersten krönen krönen kann wie fehl sein bei menschen polos war tot geschläu und war tot geschläu wie man hat getan weil wir uns verruft sind oder weil wir lebe warm sind das ist ich sage nicht dass das ist ein sinn sind aber das ist klar war sehr viel gebrückt zum sinn verstärken dort soll schmacklo wenn wir Matthäus 23 gehen und hier fehlt das kann ich heute nicht sagen wenn du sagst dass du erst in Tung wäre dann man merkt was du verfolgen hat wo du warst wenn du sagst du läufst in kranken heule dann wirst du in trübel sein wenn du sagst du läufst bei die ersten drüben dann wirst du in trübel sein wie 30 mit 35 % von jesus kregen würde sie nicht will von hier in der konsul zu sein wenn dann würde er die menschen weich lachen er gered last es geht mit dem trübel heise leufe 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 Und wenn die Bibel sagt, dann will ich mich auch anstehen, dann will ich mich auch da. Das ist wie klartend, wenn die ganze Welt immer kaputtet. Wenn die Bibel sagt, dann wird das da. Ein Ding, wenn ich weiß, dass ich mich nicht verletze, wenn ich die Gäste sage, dass die Wäusefinden sind voll und selber in Trübel. Wenn Gott gesagt hat, dann sind wir nicht in Trübel. Wir haben in den Schlagchen Gäste gehorchen. Die Bibel sagt, die Wäusefinden kommt aus den Engeln, das ist nicht. Wenn jeder von uns steht, wir haben hier in uns gelebt, wo wir gedacht haben, wie der Helder ist, dann werden wir bei euch selbst. Dann sind wir im Trübel. Matthäus 23 hat viele Forts, wo er so viel von so einem Ding erzählt hat. Warum wollen wir einen dreiendartig sehen? Matthäus 23 war schon dreiendartig. Und sag ich, die Schlangen, die jaftet Schlangenbrot soll. Wo er so viel von so einem Verdammten ist, wo er so viel von so einem Verdammten ist. Da würde ich denken, das sagt Jesus. Jesus sagt, die Schlangen. Und die Menschen sagen, was sagt Jesus? Wie sind Schlangen? Von der und nach, wenn der wird so ein Verdammten ist, dann wird gesagt, ich sage, ja, über einen Morgen wird man bloß Wut ersterben. So wird nicht haftig sein. Das wird ein Prediger von der und nach, wird Tränen nicht kommen. Wird er nicht? Ich will die nicht vollkommen. Das wird nicht, wenn ich meinen, dass wir bloß Wut ersterben. Dann wird er anfangen. Dann wird er anfangen, um es zu erklären. Dann wird er vielleicht bloß Wut ersterben. Wurde ich meinen. Wurde ich, was Jesus hier in der Nächsten sagt. Er sagt, die jaftet Schlangenbrot soll. Auf Juchtisch sagt er, die Ottergesächte. Ottergesächte wird der oberste jaftet Schlangenbrot. Das, was Jesus der Pharisäer hier nennen hat. Er nennt den Spatzpübel. Wenn ich den Kapitel durchlese, dort hielt ich grün. Ich will das eben für nicht zum Pfarrer lesen. Er sagt, die Pharisäer sind Heichler. Die sind so ungewittet, ungewittet Gräber. Die Heichler sind ungewittet Gräber. Von Böten Strom, uber von Bönen, voll dodes Knöckers. In jeder Ort anrein ich her. Kijk, von Böten Strom. Von Bönen, dode Knöckers. Anrein ich her. So laden von Böten aus, der reichte Menschen, die meisten von den Christen, der oberungserste, der hat sich von 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 der oberungserste ungetragen. Ich will sagen, von Böten, die reichte Menschen, uber von Bönen sagen, die gesatzlose Heichler. Die gesatzlose Heichler, dort kreiken, wo so ein Heichler macht. Eik, wo er mich nach Eure Aache redet. Ich habe keine Gesatzwelt, wo so ein Heichler. Sie sprechen, wo so ein Heichler. Wo er die Schriftgelehr im Pharisäer je Heichler, je Böen fene Gräber vor den Perfeuten und putzendei, der reichte ihre Grofsteine. Und wieder sagt er, die sagen, von Böten sei wie Schmuck ohne Trocku, und von Bönen sei wie so stänkei Gräber. Wer von den Hafen will, stänkei Gräber sein, wenn ein Mensch begrügt wird. Ich wurde von einem Mann begrofen, zwei Jahre wieder in die Ferien gerufen. Ich habe nicht gewusst, aber ich habe nicht gewusst, wo es schrecklich war. Es war eigentlich, wo es gewusst wird. Das ist wirklich die Geschichte, wo es war. Dort wurde er gesagt, an dem Ort von Bönen kann es eigentlich sein, dass es ein veräustes Grof ist. Aber von Böten habe ich schmuckert leider auch. Ich habe einen Prelier gewählt, und das ist ein Prelier stiliert worden. Dann konnte ich mit dem Ort sein, weil das ist ein Prelier schmuckert. Dann konnte ich nicht wissen, was der Herr sagt. Ich wollte von einem Mann gewählt. Und der erste Mann, der will um vier für Jesus Christus. Und der will nicht ein Versinger. Und der war gewählt von Prelier. Und der hat einen Sturm von Prelier schraubt. Und der hat vier, was der Mann holt, war wirklich gut. Wir können immer sagen, was das System erlaubt sei. Das ist das System. Jesus Christus sagt, wir haben uns 227 gesagt, wenn wir den Hellen Jes haben, dann darf ich nicht nötig hören, ohne Menschen uns belehren machen. Wir sollen uns von dem Hellen Jes lernen. Ja, wie Brücke, wie Brückelehrer, wie Brückelehrer, wie Brückelehrer, die uns das Evangelium vertreten. Aber du sollst, die die Bibel so verweiten, für einmal das Evangelium vertreten, wenn er die Fähre gerät, dass du sollst und sagen, hey, das ist nicht so, meine Bibel sage ich nicht so. Und dann sollst du beruflich genug sein, dass Jesus hier in den Pharisäern zu kommen und sagen, schick mal, du bist ein Herrschler. Paulus, Paulus ist erzielt, Paulus, wo hast du gesagt, Paulus, wie hast du geist? Paulus, Paulus bekeimt, komm, treig. Wie war er, wenn wir, wir schauen, wie wir das, oder welche, wie wir die Das war noch nicht, geen qualität. Wenn ich als Herrschler an, gehen wir von Jesus, vers Stelle nicht aus dem Dắt. Und wir leben von dem, noch einmal in so einer Welt ist dort. Wem ist dort nicht klar, wo ein Antichrist ist? Wer hat Frauen immer dort? Sieht, ob wir die Gemeinschaft haben. Ich sage nicht, ich wollte dieses Kleider auch nicht essen. Dieses Kleider wurde gebrockt, um Fehlungen zu verstärken. Ich wollte Fehlungen, die hierher kommen, die sagen mir, die schickt alle schaftig. Ich wollte nicht wissen, was die Brille haben. Ich wollte bloß wissen, was kann ich hier unser Verstärker haben. Ich weiß nicht, wenn ich in diesem System sehe, dass ich nicht mehr zur Pandemie komme. Das hilft mir kein Problem. Die Bibel sagt sehr klar, du hast keine Rat als der andere. Wir sollen uns alle Jesus unterstellen. Wenn wir uns Jesus unterstellen, dann waren wir alle noch vor dich. Ich wollte noch sagen, dass ich nicht richtig verstehe. Ich sehe nicht gegen die Kirche. Die Kirche ist angesagt von Jesus Christus. Das System ist angesagt von Menschen. Und wenn ich in Markus Kapitel 7 verstrattere, dass man das merkt, wie Gott sieht, wenn ich hier ein System habe. Gott konnte mir das System nicht schaufen. Die Bibel sagt so klar, Gott konnte mir das System nicht schaufen. Ich weiß, viele Menschen, die von mir hierher waren, waren sehr alle seine Aufträge, die vor sich sind. Aber ich habe wahrlich meine Frau. Ich habe wahrlich, dass ich von diesem Thema reden kann. Über das System kann Gott sagen, wenn ich dann nicht mehr so habe, ich habe hier ein Limit. Wie leben wir hier? Wie leben wir in den Kirchessen? Wie sagen wir in den Kirchessen? Wie sagen wir in den Kirchessen? Wie leben wir in den Torf? Der nächste sagt, wie leben wir in den Torf von Hellen? Der nächste sagt, ich glaube in den Tungenbären. Wie wird das Limit fortnehmen? Wie wird das Weich nehmen? Wie wird Gott frei in den Weltluten mit uns? Wie wird Gott uns zu sagen? Wie wird Menschen für euch, wie wird sie zu sagen? Und wenn man einen Daumen nachfinderert hat, dann wird er da nicht gew passt, der nicht mehr zu sagen. Und jetzt ist der Fall, ich weiß nicht, wie ein Daumen nachgicz ist. Ich will die daumen. Wenn du die daumen nachfinderули, dann bin ich da. Es war dann der Daumen nachmitteln. Was heißt, was gewusst ist? Was wollen wir die Daumen nehmen? Was sagen wir jetzt, sollte man die Menschen fragen, was sollen daumen nachfinden. Dann waren wir die Tau täpfen und dann waren wir die Verbränern. Dann waren wir dauernd, was Gott sagt, nicht was Menschen von uns verlangen. Die Bibel sagt, dass die Zeit kommende Menschen sich annehmen, was ihre oren Kettler geworden ist. Irgendwie sollen das von der ganzen Welt sein. Wenn man nicht solle Menschen die oren Kettler, dann waren wir nicht dauernd. Wenn ich nicht kommende Wahrheit rede, dann war ich nicht dauernd. Ich weiß viele Menschen, die sagen, dass ich viel zu graf, was ich sehe. Wenn die Bibel sagt, dann ist das bloß so. Du kostest nichts mehr dauernd. Dann war ich dauernd. Wenn ich denke, was Gott von dir auch zu mir sagt, was Gott von dir auch zu mir sagt. Wenn du hast, was du dauernd. Ich weiß nicht, was du hast, was du dauernd. Aber wir wollen mit Matthäus Kapitel 5 gehen. Ein Säuer bekommender Fall, das ist ein Säuer bekommender Fall, den war je mehr oder nicht, wenn ich wollte. Er sagt, die senden dort Salz auf ihr, wenn über das Salz den Geschmack verlässt. Wer kann dort, was das Salz nicht machen? Dort erst dann, die Nüsse brauchen. Die können dort bloß nach Utschaden und von den Menschen verklungen lassen. Ich kann hier in Salz drehen, und du wirst das nicht gleiche. Bei den Müsse von uns sind die Beine. Wir sind in Salz der Beine. Und solange das Salz die Beine bleibt, bleibt kein Mensch worden. Gott sagt von dir, ich kriege dich in Salz drehen. Rüht da. Und da wird deine Arbeit aus. Ein Salz dreher hat das Rechners. Das muss hier rüht kommen. Das muss hier rüht kommen. Wenn du so verhältst, du bist am Hass am Salz dreher beine gehockt. Komm da rüht. Ich will dich von dir rüht schicken. Ich will dich von dir rüht schädieren. In Nummer von Jesus Christus. Komm mit dem Salz dreher rüht. Du wirst die Sonne soß. Wir sind alle wie Sau. Gott hat eine Wohl von uns. Gott hat einen Raub von uns. Mir steht von uns auf der Hänge abverraten. Und ich will dich verantwortlich. Wenn du die Hass am Rüht verstärken wirst von dir. In Salz dreher rüht. In Salz dreher rüht. In Salz dreher rüht. Wo geht die Töber rüht auf. Wer hat uns in Salz dreher rüht zu kommen? Und das schwor hier die Hände, was sagt. Wer hat uns in Salz dreher rüht. Wer hat uns in Salz dreher rüht. Wer hat uns nicht mehr zu sein. Wer hat uns in Salz dreher rüht. Wer hat uns in Salz dreher rüht. Wer hat uns nicht verliegt. Wer hat uns in Salz dreher rüht. Wer hat uns nicht verliegt, was Gott seine Kraft hat. Viele Menschen wollen sich sagen. Du bist ein Supernatural. Ich habe Covid geholfen mit mir nicht zu daumen. Ich habe es gewählt, mir nicht mehr zu merken. Du wirst kein kein Wagen an meinen kommenden Leben. Und einmal krank hat, was ich an meinen Namen will, was bei mir dort machte. Wenn die Bibel lehrt hat so, wie sie ein Schreckhaus krank hätte. Verstehe ich dort alle nicht. Ich verstehe das nicht alle, aber ich war das Lieren. Und ich war nach meiner Lieren. Ich ruhe die Tau, wenn du überfällst, dass du bei uns in der Saalstelle durchgekommen von dir. Lass dich doch nicht hineinstecken. Wir haben uns geäußert, was Jesus sagt, was wir tun uns alle. Wir haben uns Menschen verweicht, zu sehen, in der Verweichkirche, wie auf den Reis vor der Seine, wo Gott uns vorbehause will. Gott sei Dank. Danke.